Was geht ab, Freunde? Cool, dass ihr zurückschaut, nachdem Giga-Meg uns... HOLD THE DOOR! Der lässt uns da nicht durch. Dann geh ich halt von woanders, so. Keine Sorgen, wir kannst da ruhig bleiben. Dann geh ich halt von woanders, legit. Wenn du wirklich unbedingt HOLD THE DOOR, dann geh ich einfach so rechts rum. Fertig. Da hab ich's angenehmer daran. Jeder was davon. Und wir können alle in Ruhe leben, schätze ich mal. Danke, hoffentlich. Ciao. Diese Giga-Meg, ey, der war... Ja, nehm, jub, ich kann mir jetzt nicht da... Ach, schuld, nicht in den investieren. Kann nicht ach, schuld, nicht in den investieren, ich muss auf jeden Fall wissen, was jetzt abgehen, ey. Muss auf jeden Fall wissen, bis jetzt weiter geht, deswegen. Soviel zu dem Penner. Oh, MAU! Shy Guy! Baby Mario! Ich hab die... äh, ich hab die Spiele auf jeden Fall übertrieben genossen. Von... Yoshi's Island. Ah, Yoshi's Island auf Super Nintendo. Eins der geilsten Spiele ever. Oh, Takumi. Mit Sturm. Sturmwarnung, BD. Apropos Takumi, ich hab lange nicht mehr in Final Fantasy Heroes reingeschaut. Ich hab Final Fantasy Heroes übertrieben interessant. Aber die anderen Spiele, die haben's einfach gecarried so. Naja... Raus mit euch. Zack, raus aber schnell. Ja, ey. Jetzt bin ich gespannt gegen mich. Jetzt bin ich gespannt. Ob der noch so... Ich wollte grad sagen, ob der noch so ein Badass kommt. Ich wollte grad sagen, ob der noch so ein Badass kommt. Zartner Klupp. War doch brutal. Riesenschreck! Den hätten wir nicht nehmen können gegen Ding. Gigamec. Macht mehr Schaden gegen... äh, große Klappe. Naja. Ja. Oh mein Gott. Okay, war cool. War cool. Hey, ich hab nichts gesagt. Ah, ich check ja gar nichts so, ey. Das ist ja... Das ist ja grad nicht dein Ernst. Möberbläht. Ich hab das. W stickt noch Video. Ja wenn ich einfach Zeit gehören. Nur zuerst geht. Wann ist dasと思います? Da ist es nur ein Klappe. Zum Glück. Auch bei der Klappe. Nein, ich bin ja eigentlich schon bereit, aber alles hin, einfach. Was? Was? Hallo? War das gerade ein Fehler oder was war da los? Nintendo? Okay. Was? Hey, ich kann jetzt auch nicht hier fünf Jahre an denen hängen bleiben, ne? Ich steh auch nicht mehr los, mein Freund. Es ist unglaublich. Es ist einfach geheude nachts so, mal wieder. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, jetzt muss ich wieder aufpassen. Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin jetzt auf der Fakulitz. Okay, ich bin jetzt mal ein paar Jahre an denen da war. Ich bin jetzt ja auch ein paar Jahre lang, ne? Ich bin ja hinten, ich bin jetzt die Nachfolgerin. Boah, 4.000er auf neutral, krass. Ah ok, zum Glück haben wir den geschafft. Zum Glück haben wir ihn geschafft ohne Spaß, ey. jetzt muss er wieder riebe an dann wieder hier hin und ich mache es an ich mache es aber anders einfach ich erkenne mich hier durch war da kann ich direkt zur linken seite einfach weil weitere von dors besiegen ah die map ist cool du kommst nicht wieder du gleich hat schon und dir gleich ja die ganze zeit und du ja 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 was brauchst du dir eine unfallheilung habt ihr die ok interessant jetzt oh nein weiß gott wie schwer die katapultierbarkeit für arme heißt ich muss mal gucken ob ich einen geist habe die mich dagegen schützen muss ich muss einfach mal schauen was gegen katapultierbarkeit sicherlich hoffentlich aber ich hoffe nicht dass es angezeigt wird oder direkt mit so einem hand was muss ich jetzt rauslesen oder was bitte nicht bitte nicht oh man man so jetzt was du Kopfstandschuss gibt oder genau das es es gibt blablabla bla 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 er wird das von notfall und halbwärtsschutz einmal massiv krass war dein ernst grad tempo runter macht dich hat der puls sicherer und dann auch hier perfekt das nehmen die erst zum einen und mit einem speziell seitwärts dass man sich darauf gespannt ob es das bringt zelda die kenne ich kann auch hier die kenne feier meyer jetzt sehen sie auch noch schön ja ja gönnt euch gönnt euch scheiß gönnt ihr euch gönnt mir auch komm du mal her alter bringt es auf jeden Fall schätzt ich komm ja stimmt alles gut ja aber es ist machbar glaube ich hoffe ich es sollte machbar sein sollte hoffentlich machbar sein vielleicht jetzt ich ich bin ich 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Schalke, bitte gib mir ein paar bisschen Spaghetti Schalke, bitte gib mir ein paar bisschen Spaghetti Schalke, bitte gib mir ein paar bisschen Spaghetti Schalke, dann gib mir etwas zucesso Schalke, dann möchte ich uns untertitelung Schalke, dann packen uns alle Das war's für heute. Oh Mann, das wird langsam wieder lächelig. Oh, bitte, hör auf mit so was. Ich lebe dich an. Hey, Alter, warum? Ich spring da noch nicht raus. Oh Mann, ey. Ich spring da noch nicht raus oder sehe ich irgendwas falsch? Oh, das ist noch nicht los. Oh, das ist noch nicht los. Oh, das ist noch nicht los. Okay. 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 Ich muss nur aufpassen, dass er nicht trifft. Seinen Nacken gebrochen, ich habe seinen Nacken gebrochen, so krank sah das aus. Manche kommen Flyguides und Shyguides. So, jetzt muss ich hier ein paar besiegen. Oh nein, jetzt auch noch Klaus am Start. Waffenstärker, nach Gegner-Core erscheint Verstärkung. Klaus, Klaus, Klaus. Was haben wir noch bekommen? Neues. Ups. Abbrechen, abbrechen, please. Was haben wir noch bekommen? Warte, was war? Ah, hier, die da. Macht bei hohem Schauenswert kurzzeit ungefähr runter. Uh, interessant. Das ist schon mal so. Warte, jetzt ging der so runtergekickt, das ist ja so geil. Nein. Das ist schon mal so. Nein. Das ist schon mal so. stärker das ist nicht ruhig lasst mich in ruhe der war das ist doch noch nicht alles dein ernst ich muss ihn auf hundert prozent bringen dann kann ich ihn rücken sehr schön das sah angenehmer 4000 da komm nur her klaus sage ich dazu Klaus komm du nur her komm du nur her mein freund ah ja bowser bright again oh mein wem oh hier wird mein computer mit äh mitglieds besiegt ist er kann verloren es sollte die Peach sein auf jeden fall oder sorry ja wow wollen wir mal langsam ey yo ich bin ein Gegner und guck mal die Peach stellt einfach dahin geh doch in die geh doch in die Ecke warte doch guck mal die will kämpfen sag mal geh doch in die Ecke der will dich der will nicht mich der will dich guck mal wie knapp verzieht verzieht dich doch wie knapp das ist wie deine junge Mann so ne dummes Mädchen macht's mit Absicht die macht's mit Absicht lässt sich mit Absicht fangen sie besiegen wenn wir Mario äh besiegen immer retten wenn sie Mario spielen Pure Absicht. Pure Absicht alles. Sie steht drauf. Guck mal. Ich bin ganz verziehlich von meiner Peach. Ich bin ganz verständlich. Ich bin ganz verständlich. Sie leiden endlich mal. Unglaublich. Jetzt können wir das bitte in den Gleichgewicht bringen? Ist es heute noch ein Ding? Oder sagt ihr euch? Ja, wie die geschlossen? Madame Butterfly, wenn ihr die mich nicht umbringt, weiß ich auch nicht. Wenn ihr die mich nicht umbringt, weiß ich auch nicht. die mich zerfetzen will in der luft dann weiß ich auch nicht wenn die mich in der luft nicht zerfetzen will dann weiß ich auch nicht bayonetta ich hasse bayonetta die ich nicht so nett wie es in ihrem namen steht das minruhe nein Wer bist du? Lass mich in Ruhe. Oh, lass mich in Ruhe. Ich hab gesagt, du sollst mich in Ruhe lassen. Oh, verkehrt die Lücken von Gift. Ich heil mich dran. Krass. Okay, das ist ein krasses Geil. Das ist gut. Die Frage ist jetzt, können wir das mal wieder in Gleichgewicht bringen? Oh mein Gott. Jetzt bin ich gespannt, was da abgeht, ganz ehrlich. Jetzt will ich wissen, was da abgeht. Jetzt will ich ja verdammt mal wissen, was da abgeht. Auf jeden Fall, du. Jetzt will ich wissen, was da abgeht. Speichern wir auf jeden Fall. Yes, das tun wir. Hier. Und jetzt? Habe? Muss mir echt sein, dass es noch weiter geht? Was? Oh, wo bin ich? Wo, warte, wo? Ich bin Meisterhund. Ah! Ich bin Meisterhund! Was? Warum bin ich Meisterhund? Warum bin ich Meisterhund? Was? Was? Oh mein Gott. Ich bin Meisterhund. Was? Was? Oh mein Gott. Alter, totale Eskalation. Das sage ich dir. Alter, wie geil haben wir das gemacht. Ich bin einfach Meisterhund. Alter! Äh, äh. Ist gerade nicht dein Ernst. Geh hoch, geh hoch. Ey, Meisterhund. Mach keinen Weg. Wieso bin ich Meisterhund? Na, was ist jetzt das, hä? Jetzt bin ich der... Jetzt habe ich die Macht des Stones. Ah! Ah! Oh, Mau! Oh! Verzieht euch, oh! Hör, eins sagt einer nach dem anderen. Raus mit euch, Alter! Ah, ich bin einfach fucking Meisterhund. Ich bin einfach die Macht. Ich habe einfach die Macht, so sage ich mal. Ja, was sollen die mir anhaben? Oh, ich hatte nicht mal so viele. Müsst ihr alle mal wegklatschen. Verzieht euch mal wieder. Bala, ist knapp. Wo bin ich? Wurde halt echt knapp. Nein. Nein, sagt mir nicht, dass ich als Meisterhund verliere und das wieder machen muss. Nein. Ich bin Meisterhund. Ich bin Meisterhund. Ich bin Meisterhund, ey. Wenn ich auch mal richtig spielen könnte. Ganz ehrlich. Wenn ich auch mal richtig spielen könnte. Ey, es kann es doch nicht sein, dass ich dann dabei sowas verliere. Ich bin Meisterhund. Ich bin Meisterhund. Let's go Legit wenn es klappt mir, ja, mach auch viel Nubart, ja, einfach lasern die ganze Zeit, ohne einmal abschießen, einmal den Fingerschnipsen so, BAM! Hey, ich versteh grad die Welt nicht mehr, wieso will ich auf einmal meistern? Geht mal zur Seite jetzt, weg mit euch Wenn ich danach Crazy End sein darf, ist es halt total weh, also nicht so crazy, aber es heißt halt immer nicht, wieso ich meistern sein darf Oh, was? Oh, wenn ich den in der Luft so schnipsen würde, wie nett das wäre Okay, langsam, das ist langweilig, was ihr da mit runter habt, keine weiß Ah, ja, Leute, langsam dürft ihr auch sterben Ah, mal nach Hause klatschen, danke Was ist mit euch, hallo Überlebt mal, ich könnte als Meister damit rausfliegen, ja, das ist ja totale Verarschung Ja, Freunde, weiß auch nicht, ich kann's halt nicht einschätzen, und es kann sein, dass ich überhaupt viel lag, keine Ahnung, weil die Meistern so abgeht Danach kommt Crazy End, oje, oje, weiß halt echt nicht, wie ich mit der Lage umgehen soll Oh, das ist Oh Oh Pfff, wenn jetzt auch noch Crazy End kommt, oje Laziert sich das Ganze Okay, doch nicht Hey Hä? Beide Meister sind geschlagen, du hast Licht und Finsternes besiegt Es geht noch weiter Ich kam wieder zu Darth und Kyra Oder direkt straight durch die Mitte Ah, ich kann gegen beide auf einmal kämpfen oder was? Freunde, ich hab keine Ahnung, was hier abgeht Deswegen, wie ich sage, mach mal Schluss für diesen Part, sonst wird's allzulang Und im nächsten Part wisst du, was abgeht Dann wirst du sehen, Peace Los Ich spiele Ja Ja Ich bin Untertitelung des ZDF, 2020